Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Faes. Und ja, wir sind in einem komischen Techno-Raum gelandet. Der irgendwie komisch aussieht. Und wir sind gerade in den Tod gestürzt. Okay, das hier ist ein Hub. Oh, das andere ist kleiner. Aber gut, gucken wir uns jetzt erstmal das hier an. Nein, also so klappt das nicht. So klappt das. So, da hoch wahrscheinlich. Und dann da hoch. Wie viele Räume, wie viele Abschnittsmöglichkeiten gibt es hier? Naja, ein paar mehr. Gehen wir erstmal hier rein. Hier bin ich in dem kleinen Raum, okay. Okay, ich höre schon wieder diese Töne. Links, rechts, links, rechts. Wieder so ein U, so eine Stimmgabel. Okay, ich habe da so eine Vermutung, wenn ich mir das länger anhöre. Jetzt muss ich auch ein bisschen lauter stellen mal. Lass mich mal kurz was machen. Das dauert kurz einen Moment. So, ich habe mir jetzt mal kurz aufgeschrieben, wie die Todfolge ist. Also links, rechts, rechts, links, dreimal rechts, dann wieder links, dann zweimal rechts und dann wieder links. Und jetzt versuche ich das Ganze mal nachzudrehen. Also einmal da. Eins, zwei, drei. Einmal so. Eins, zwei, so. Und ein Anticube. Okay, jetzt wissen wir, was es mit diesen Dingern auf sich hat. Bei mir ist aufgefallen, dass diese Tonfolge immer eine Pause zwischendrin hatte. So können wir das jetzt dann auch bei den anderen Dingern machen, wenn ich sie finde. Und zwar bei den beiden Räumen hier da. Und da können wir das dann genauso machen. Äh, nicht da. Sondern hier in dem gefährlich aussehenden Bereich. Aber gut zu wissen, wie das jetzt geht. So, jetzt muss ich meinen Ton noch wieder etwas leiser stellen. So, und da geht's hier weiter. So. Und einfach hier hoch. So, und hier hoch. Wahrscheinlich. Interessantes Level, ganz ehrlich. Wow. Das war ein Sturz ins Nix. Äh, ja. Toll, wie komme ich da ran? Hm. Jetzt muss ich überlegen, wie das hier weitergehen soll. Ah. Okay. Hm. Ah, ja. Okay. ok bin ich richtig gesprungen weil das ist jetzt gemein so und raus hier ok das hier sieht jetzt wieder lustig aus bist du ein anti cube du bist auf jeden fall irgendein cube und du bringst mich ganz schnell hier weg so wir haben immer noch nicht das thema mit dem wasser gelöst also gerade wie man so da waren wir schon gerade wie man an bestimmte andere orte kommt zum beispiel hier unter den leuchtturm noch nebenbei beim glockenturm scheinen wir auch noch nicht ganz fertig zu sein naja da fehlt uns auch noch der weg runter das wollen wir wieder da drüben hin nein nicht so müssen wir jetzt nochmal den wasserfall öffnen nein müssen wir nicht gut und die anti viecher sind auch immer noch da das hier sieht wirklich so als ob es den wasserstand senkt senkt sie ihn dann auch draußen frage ich mich gerade nein so saufen wir ab so senken wir mal soweit wir können und dann gehen wir jetzt mal raus und gucken kurz und tatsache dass das stand ist gesenkt ok geht es jetzt erstmal hier wieder rein denn ich will erst mal gucken was hier unten ist so wir haben jetzt ganz neue wege wieder offen kiste mit einem stück einer kaputten karte äh ja was auch immer da ist auf jeden fall wieder eine code folge aber ansonsten verstehe ich das nicht so wirklich weil das nur ein fetzen ist naja wir werden ja sehen ob wir in irgendeinem rätselraum mal landen wo uns das nützlich werden könnte so hua gut nächste haltestelle ist da unten okay das war die nächste haltestelle ich kann nicht lesen was da drauf steht ich bin ziemlich vergesslich moment mal das sind die sind dass diese buchstaben jetzt sind die buchstaben kann es sein dass wir die in die richtige reihenfolge bringen müssen dazu müssen wir erst mal lernen das ding hier zu lesen sind auf jeden fall buchstaben doppelt da also kann es sein dass wir wörter bilden müssen oder sie drehen aber dazu müssen wir erst mal lesen lernen okay dann müssen wir hier auf jeden fall nochmal hinkommen gut die beiden orte hatten wir schon die min hatten wir auch schon ich würde gerne noch mal in den anderen dinger hinkommen den da dann möchte ich noch mal kurz um können das war glaube ich hier drin job so gehen wir einmal kurz durch hier ist nichts hier ist auch nichts hier ist auch nichts hier ist nur der teleporter heim der wand auch nicht sind wir wieder beim eingang ich muss ganz genau die wände abgucken nicht dass wir wieder irgendwo so ein hin und her switch rätsel ist dass ich aus versehen über sehe aber sehe ich bis jetzt so nicht aber hier ist definitiv noch ein secret verborgen das ist aber definitiv kein weiterer raum so wie es mir scheint was passiert wenn ich von unten nach oben ich bin nämlich die ganze zeit immer nur vorne naja hier komme ich dann nicht hoch nein auf dem plan die gleich auch nicht hüpfen ach du scheiße jetzt sehe ich das erst seht ihr das auch das ganze ding ist ein tetris gebilde das ist ja mal krass also wenn ich hier oben anfange gebe mir mal wieder meinen zettel dann ist das erst einmal nach rechts dann ist das D dann wieder nach rechts heilige kacke dann springen also jetzt stehe ich auf dem springklotz die das springen zeigt dann kommt drunter ein A kein D ein A so das ist ein A kommt drunter das A dann kommt einmal hoch abgefahren also das hier ist hoch und jetzt stehe ich auf dem nächsten springklotz und dann nochmal ein runter ok jetzt muss ich das nur richtig ausführen so am besten hier wo ich Platz habe ok rechts D rechts springen A hoch springen runter na hier war auch nicht gut versuchen wir es mal direkt unter dem Portal auszuführen also stimmt das auch mit dem nein das ist ein A kein D das hier ist ein halte mal ähm Mist das ist gemein jetzt aber echt das könnte nämlich beides sein so rum sieht das aus wie ein wie der Block fürs A und so rum wie der Block fürs D ok dann schreibe ich mir noch mal die andere Kombination auf A also das ist ein A dann das ist dann ein D so und andere haben wir ja nicht die anderen Blöcke sehen dann na gut ich glaube runter und hoch sind dann noch vertauscht ja runter und hoch runter und hoch das ist jetzt richtig fies aber ich glaube wir gehen von der Tür aus also ist das ist das rechts ah rechts springen D runter springen hoch ok irgendwo hat sich was getan dann dann finden wir mal schnell raus wo dieses etwas ist ah ja wir haben es rausgefunden wir sind gerade dran vorbeigeflogen das das ist jetzt mal was richtig cooles aber gleichzeitig gemeines Rätsel gewesen yay Antique damit fehlt uns insgesamt nur noch ein Q bis wir die letzte Tür öffnen können so und damit katapultieren wir uns hier erstmal raus weil damit haben wir ok beim Wasserfall gibt es noch ein Rätsel das wir finden müssen und da müssen wir noch das Rätsel lösen ok aber wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal neue Wege offen dadurch dass der Wasserstand gesenkt wurde können wir zum Beispiel hier unten durch diese Tür da gehen das machen wir noch und dann merken wir dass hier nichts ist ok ok das gucke ich mir in der nächsten Folge dann genauer an ich mache mir hier jetzt mal wieder einen Cut bis dann